Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video erzähle ich euch in 5 Fakten, warum die Geschichte des alten Ägypten die wahrscheinlich größte Erfolgsstory der Menschheit ist. Kein Reich existierte länger, nämlich unglaubliche 3000 Jahre. Und keines war seiner Zeit so weit voraus. In Ägypten entsteht erstmals etwas, das uns manchmal heute ganz schön auf die Nerven geht. Die Bürokratie. Aber sie ist das Erfolgsgeheimnis der frühen Hochkulturen. Hunderte, Tausende müssen an einem Projekt arbeiten. Wie etwa einem Bewässerungskanal, üben ganz verschiedene Funktionen aus und müssen aber alle ernährt werden. Das erfordert komplexe Organisationen, Verträge, Gesetze, Steuern. Kurzum, der Anfang von dem, was wir heute einen Staat nennen. Und was verbinden wir heute mit einem Staat? Beamte. Und die gibt es im alten Ägypten zuhauf. So wie ihn hier, Sebek M. Saaf, ein Beamter, der vor ungefähr 3700 Jahren gelebt hat. Frau Dr. Hölzl, heute würde man nicht mehr auf die Idee kommen, eine Statue für einen Beamten zu errichten, damals schon. Das sagt einiges über den Glamour-Faktor aus, oder? Speziell über den Glamour-Faktor von diesem Beamten. Da sieht man einerseits an der Größe es fast lebensgroß. Eigentlich war es ein Privileg des Königs, lebensgroße Statuen oder überlebensgroße Statuen herzustellen. Das Zweite, was hier natürlich auch sofort ins Auge fällt, ist diese Leibesfülle, der Bauch. Auch das ein Zeichen in Ägypten für Wohlstand, für Reichtum, für großes Ansehen. Ein wichtiger Mann, kann man schon sagen, zu der damaligen Zeit, wie Beamte generell. Welche Aufgabe hat ein Beamter eigentlich? In Ägypten war praktisch das gesamte Leben administriert durch Beamte. Und es war eigentlich praktisch jeder Bereich des Lebens geregelt durch Beamte und wurde entsprechend dann auch notiert und aufgeschrieben. Beamte sind die heimliche Macht im Staat. Sie verwalten die Steuerabgaben an den Pharao, sorgen für Ordnung und verteilen die Nahrungsmittel an das Volk. Doch der ägyptische Staat wäre aufgeschmissen, ohne eine bahnbrechende Erfindung. Die Hieroglyphenschrift, entwickelt um 3000 vor Christus von einem unbekannten Genie. Unter den Beamten rangiert der Schreiber ziemlich weit oben. Damals heißt es, werde Schreiber, dann bleiben deine Glieder glatt und deine Hände zart. Und du wirst niemals arm bleiben. Über 90% der alten Ägypter sind Analphabeten. Das Schreiben der komplizierten Schriftzeichen gilt als hohe Kunst. Alles beginnt mit wenigen Bildsymbolen. Zum Beispiel für eine Pyramide, Gans oder die Sonne. Das Geniale aber ist, die Bildsymbole und die Laute, für die sie stehen, können unendlich kombiniert werden. So steht die Gans für den Laut Saar und die Sonne für den Laut Ra. Sa-Ra bedeutet Sohn des Sonnengottes. Am Ende gibt es mehr als 7000 Schriftzeichen. Unzählige Texte sind erhalten, eingeritzt in die Mauern der Tempel und Paläste. Ein Schriftenmeer voller Fakten, Mythen und Geschichten. Die Entzifferung der geheimnisvollen Zeichen ist noch gar nicht so lange her. Denn mit dem Untergang des Pharaonischen Reichs vor etwa 2000 Jahren war auch das Wissen um die Schrift verloren gegangen. Dann allerdings bringt ein Zufallsfund um das Jahr 1800 die Wende. Während Napoleons Feldzug in Ägypten soll ein Offizier mit seinem Pferd über einen großen schwarzen Stein gestolpert sein. Der Koloss aus Basalt wird Geschichte machen. Warum? Weil auf dem Rosetta-Stein, benannt nach seinem Fundort, ein Text in Hieroglyphen und in Grieche steht. Mithilfe dieses Paralleltextes konnten die Hieroglyphen entziffert werden. Eine Sternstunde der Altertumsforschung. Ihr verdanken wir heute fast alles, was wir über die ägyptische Hochkultur wissen. An die 300 Pharaonen stehen auf der ägyptischen Krönungsliste. Und unvorstellbar aber wahr, zwischen König Cheops und der letzten Pharaonen Kleopatra liegen mehr als 2500 Jahre. Das ist mehr als zwischen heute und Christi Geburt. Der Name Pharao kommt vom ägyptischen Wort Pira, großes Haus. Benannt nach dem Palast, von dem aus er regiert. Der Pharao ist ein absoluter Herrscher, Richter, General und oberster Priester. Will man sich dem König nähern, dann nur beim Küssen der Erde. Seine Kleidung und Insignien sollen deutlich machen, dass der Pharao ein Gott unter Menschen ist. Die Doppelkrone steht für seine Macht über Ober- und Unterägypten. Krummstab und Geißel sind die wichtigsten Insignien. Damit garantiert der Pharao immer die göttliche Ordnung zu bewahren. Im Diesseits genauso wie im Jenseits. Der Tagesablauf ist bis ins kleinste Detail geregelt. Nichts wird dem Zufall überlassen. Schon frühmorgens geht es an den Schreibtisch. Regierungsgeschäfte erledigen, wie Bauvorhaben planen, Diplomaten empfangen oder Gesetze unterschreiben. Um das Wohlergehen des Pharao kümmert sich eine Schar von Leiberzten. Vom Hüter des Auges bis zum, wörtlich, Hüter des Anus, dem königlichen Hintern. Spätestens nach Sonnenuntergang beginnt für den Pharao der Feierabend. Dann verwandelt sich der wie ein Gott verehrte Herrscher in den Privatmann. Home-Story bei Familie Pharao. In der Regel verbringt der Pharao die Abende im Kreis seiner Familie. Neben seiner Königin hat er auch immer mehrere Nebenfrauen. Viele Frauen, entsprechend viele Nachkommen. Ramses II. soll über 200 Kinder gehabt haben. Kurios, um die Reinheit der Dynastie zu sichern, werden in Königskreisen Bruder und Schwester verheiratet. Selbst Väter heiraten ihre Töchter oder Großväter ihre Enkeltöchter. Über die Jahrtausende perfektionieren die Ägypter die Kunst der Mumifizierung. Nur Eingeweihte kennen die geheime Technik und die Rezepte. Sie geben sie von einer Generation zur nächsten mündlich weiter. Das Prozedere zieht sich über 70 Tage hin. Der Tote wird mit einer Mischung aus Harzen und Ölen eingesaibt und mit Leinenbinden eingewickelt. Zuvor werden die inneren Organe und das Gehirn entnommen, der Körper mit Natronsalz getrocknet. Das Herz, als Sitz der Seele, bleibt im Körper. Auf seiner Reise durch die Unterwelt soll ein mit magischen Formeln beschrifteter Skarabeus den Toten beschützen. Nur mit reiner Seele und leichten Herzen darf der Verstorbene auf ein ewiges Leben hoffen. Im Totengericht werden seine Taten gewichtet. Dafür wird das Herz gegen die Feder der Maat, der Göttin der Gerechtigkeit und der Weltordnung gewogen. Ist es schwer von Sünden, wird der Tote der Menschenfresserin vorgeworfen. Ist es leicht, wie die Feder der Maat, steht der Weg zur Ewigkeit offen. Mancher Pharao nimmt seine geliebten Haustiere wie Katzen und Hunde mit ins Jenseits. Auch sie werden kunstvoll mumifiziert. In den Depots vieler Museen schlummern dutzende Tiermumien, die von dieser Tradition zeugen. Die Forscher des German Mummy Projects aus Mannheim kümmern sich vor allem um menschliche Mumien. Im Sarkophag soll der Sohn eines Stadtschreibers liegen. Die Wissenschaftler wollen wissen, wie alt er wurde, wie er sich ernährte und woran er gestorben ist. Dafür schieben sie die Mumie in einen hochmodernen Computertomographen. Durchleuchten statt aufschneiden. Bei der Mumie handelt es sich um einen Mann. Er wurde 30 Jahre alt. Nur, könnte man meinen. Doch im alten Ägypten entspricht das der durchschnittlichen Lebenserwartung. Er war gut ernährt und hatte ziemlich gute Zähne. Ungewöhnlich, denn die meisten Ägypter litten damals unter Karies. Herr Professor Rosendahl, Sie können aus Mumien lesen wie aus einem Buch. Was haben Sie über die Lebensumstände dieses Mannes erfahren? Was haben Sie da so rausgefunden? Nachdem wir die Mumifizierung sehen, war es jemand, der in den höheren Schichten beheimatet war. Das heißt, er konnte sich auch eine gute Mumifizierung leisten. Es gab 1., 2., 3. Klasse Mumifizierung. So ein bisschen wie teure Autos oder billige Autos. Der Mann wurde sehr gut balsamiert, mumifiziert. Das Gehirn wurde entnommen, die inneren Organe herausgenommen, die Extremitäten ordentlich umwickelt. Das zeigt, dass er gar kein so armer Mann war. Sie haben da was mitgebracht, das ist schon etwas älter, ein Behältnis, da steht Mumia Vera drauf. Was war denn da drin? Das ist ein Apothekengefäß aus dem 19. Jahrhundert und Mumia Vera hat enthalten, zermahlen eine ägyptische Mumie. Das war so ein geglaubtes Allheilmittel, was bis ins 20. Jahrhundert verkauft worden ist. Man musste aber dran glauben. Also Kannibalismus, kann man auch sagen. Ja, Kannibalismus. Man hat Menschen gegessen, ja. Wenn man sich die Statuen hier anschaut, da bekommt man so ein bisschen den Eindruck, die waren damals alle nackt oder zumindest halbnackt. Aber es war natürlich nicht so, die hatten schon Kleidung, oder? Natürlich hatten sie Kleidung. Kleidung war ein Statussymbol auch, aber es gab auch Modeerscheinungen. Die Frauen haben solche langen, knöchellangen, eng anliegende Gewänder getragen. Oben einen Halskragen aus verschiedenen Steinen oder auch Fayons. Das ist leider auf der Statue nicht mehr zu sehen. Die waren ursprünglich bemalt. Deshalb sieht es heute so ein bisschen nackt aus, weil eben keine Farbe mehr dran ist, zumindest in den meisten Fällen. Was man ja auch ganz gut erkennt, ist, die Frau legt ihren Arm so hinter den Rücken des Mannes. Was sagt das über die soziale Stellung der Frau oder überhaupt über das Verhältnis zwischen Mann und Frau? In Ägypten gab es eine Gleichwertigkeit zwischen den Geschlechtern. Man sieht es auch sehr schön hier an diesem Beispiel. Es ist eine Grabstatue eines Mannes. Er hat sich aber hier mit seiner Frau darstellen lassen. Die Frau ist gleich groß dargestellt wie der Mann. Bei den Ägyptern immer ein Zeichen der Wichtigkeit. Das ist ziemlich fortschrittlich. Hatten Frauen ja tatsächlich auch die gleichen Rechte wie Männer, auch was die Berufswahl angeht zum Beispiel? Es gab unterschiedliche Sphären. Der Mann hatte den Beruf, ist nach außen gegangen. Die Frau war die Nebet Per, die Herrin des Hauses und da unumschränkte Herrscherin, für die Nachkommenschaft zuständig. Und das war für die Ägypter ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn die Nachkommen waren verantwortlich für die Versorgung ihrer Eltern, nicht nur im Leben, sondern auch im Tod. Kinder gelten als Geschenk der Götter und bei den einfachen Menschen vor allem auch als wichtige Arbeitskraft. Von klein auf müssen sie mit anpacken. Jungen erlernen den Beruf des Vaters. Als Feldarbeiter, Viehhirte oder Fischer. Auch die Mädchen helfen bei der Feldarbeit. Meist aber beim Kochen, Backen oder Bierbrauen. Soweit so traditionell. Allerdings, die Frauen im alten Ägypten besitzen mehr Rechte und Privilegien als irgendwo sonst in der Welt des Altertums. Sie dürfen über ein eigenes Vermögen verfügen, ein Testament verfassen und, im Fall einer Scheidung, haben sie Anspruch auf eine Mitgift und Unterhalt. Damals gibt es sogar Frauen an der Macht. Wie die Königin Hatschepsut, die sich als erste Frau selbst zum Pharao gründ und in Männerkleidung auftritt. Oder die schöne Neuphrethete, die an der Seite ihres Mannes Echnaton regiert. Oder auch die sagenumwobene Kleopatra. Sie gilt als die letzte Pharaonin Ägyptens. Mit gerade einmal acht Jahren besteigt Tutankhamun den Pharaolenthron. Noch ein Kind, aber schon verheiratet. Mit seiner älteren Halbschwester Anchisen Paton. Im eigenen Reich ist der Kindkönig nur eine Marionette. Das Sagen haben die Priester und die Schar der hohen Beamten. Mit nur 18 Jahren stirbt Tutankhamun. Ob es Mord war, Krankheit oder ein Unfall? Bis heute ist die Todesursache völlig ungeklärt. Doch durch die Entdeckung seines Grabs und seiner faszinierenden Schätze wurde er zum Superstar Ägyptens. Tutankhamun. Der Mann mit der Goldmaske. Im November 1922 entdeckte der Brite Howard Carter im Tal der Könige einen versteckten Zugang. Dahinter lagen vier Kammern, teilweise bis zur Decke mit Grabbeigaben gefüllt. Der atemberaubende Fund versetzte England und später ganz Europa in eine regelrechte Tutmania. Plötzlich war Ägypten total angesagt. Frauen trugen Schmuck im Pharaon-Stil, auf Partys wurden sogar illegal gekaufte Mumien vor den Augen der begeisterten Gäste ausgewickelt. Die Faszination für Tutankhamun ist ungebrochen. In der Londoner Saatchi Gallery sind seine Schätze bis Mai 2020 zu sehen. Auf ihrer wahrscheinlich letzten Welttournee. 150 Objekte. Rund 60 davon haben erstmals Ägypten verlassen. Ich finde vor allem die Alltagsgegenstände spannend. Sein goldenes Bett. Oder das hier. Ein ägyptisches Brettspiel. Zu Lebzeiten war Tutankhamun also völlig unbedeutend. Sein Weltruhm stellt sich erst Jahrtausende nach seinem Tod ein. Mit seiner Totenmaske wird er zur Ikone Ägyptens. Heute kommt uns der Totenkult der alten Ägypter ziemlich krass vor. Man könnte fast glauben, dass sie vom Tod besessen waren. Die Idee von der Unsterblichkeit und was sie dafür unternommen haben, hat das Leben aller Ägypter geprägt. Und gewissermaßen sind sie ja wirklich unsterblich geworden. Immerhin sprechen wir noch heute von ihnen. Mich würde mal interessieren, was euch am meisten an den alten Ägyptern fasziniert. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst uns da so ein bisschen drüber diskutieren. Und wenn ihr mehr wissen wollt über das alte Ägypten, dann klickt einfach oben auf das I. Da findet ihr den ganzen Film. Ein Video zu den ungelösten Rätseln der Pyramiden, das könnt ihr euch hier anschauen. Und direkt darunter findet ihr eine Playlist zu Rätseln und Mysterien. Absolute Empfehlung. Auch da definitiv mal draufklicken. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.